Herzlich Willkommen bei der Firma Schröter und Fabian Leichtmetallbau GmbH. Seit über 40 Jahren sind wir Ihr Partner für Fenster, Türen, Wintergarten und Überdachungen. Von einer persönlichen Beratung über die individuelle Planung bis hin zur Herstellung und Montage ist uns Ihr Anspruch an Qualität und Sicherheit ständiger Ansporn, professionelle Arbeit abzuliefern. Ihre Vorstellungen, aber auch der Sicherheitsaspekt und der Wärmeschutz werden hierbei von uns berücksichtigt und auf einen Nenner gebracht. So entstehen in unserer Fertigung Elemente, die mit ihrer individuellen Note und moderner Technik versehen, eine optische und qualitative Bereicherung Ihres Objekts darstellen. Von der Entjustierung über die Wartung bis zur Reparatur für unsere geschulten Mitarbeiter ist kaum ein Problem unlösbar. Rufen Sie uns doch einfach mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Santa Martina